Hallo und herzlichen Willkommen zum Afghan Online Academy. Ich bin Najbra Farhkhodi, euren Deutsch-Online-Lehrer. Wir haben schon gelernt Personalpronomen und heute in diesem Video lernen wir sieben Pronomen auf Deutsch. Und dann eine von diesen Pronomen wähle ich und unterrichte in diesem Video. Bitte bleiben mit mir bis Ende dieses Video. Dies ist auch das Wichtig zu lernen. Und wichtig. Okay? Ich bin Najbra Farhkhodi, und ich bin Najbra Farhkhodi, in der Beschreibung von Ihnen im Kanal Aufwandan und Anerkademie. Und heute Abend wir mit 7 Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher. Und dann haben wir noch mal ein paar Schatz-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher. Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Zmaiher-Z ja normalen. Indefinite pronomen, zum Beispiel normalen, ja normalen. Personal pronomen, Positiv pronomen, Reflexiv pronomen, Relativ pronomen, Interrogativ pronomen, Demonstrativ pronomen, Indefinite pronomen. Okay. Hala عزیزانم میاییم قسمتیه که امروز زمایی نما شخص یا معاین را بررسی میکنیم که این هم زیاد زیاد مورد استفاده داره و همچنان کار آمده است. خب اینجا چیه? Indefinite pronomen. زمایی نما شخص. از این زمایی را این دوست میخوانیم و حد من حد من در سای بدی هم باز به ادامه این ویدیو میاییم. مثلا یکی همان زمایی مشخص یکی اینه که بسیار مشغول است و در هر گبزدان ما استفاده میکنیم در روزانه من. من اصلا عمومی من یعنی آدم. من آدم. ما شما آدم با عمومی میگیم. مشخص هم میگیم که او آدم کی است؟ آدم. و یمند. باز یمن یعنی یک کسی. یک آدمی یک کسی. و نیمند هیچ کس. من یمند نیمند. اوکی؟ آلا زمین من کس. این را چی میکنیم؟ در حالت نومناطف اکوزاتیف داتفی برسم میکنیم. نومناطف من و یمند نیمند. اوکی؟ در حالت نومناطف. اوکی؟ در حالت نومناطف اکوزاتف. اکوزاتف اینن یک کسی. نی? میکیم یک آدمی یک کسی. اینن یک آدمی یک کسی. Was dativ einem? Nominativ man, akkusativ einen, dativ einem. Was nominativ jemand? Was akkusativ irgendjemanden? Was dativ irgendjemandem? Was niemand, akkusativ niemanden, dativ niemandem. Was das? 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 Was halt vorjemandem, was das? War nicht zusammen die Two, was die Walken nicht tun? Was das Leben echte? Danne, eine der Settings objemandem ist. Sie wissen sie nicht. Does das Leben echte? for Alkennen, was das W Streitig, das thyroid und Schro Regent bastetzt? Was das Leben geredet hat, reprende Musik mit glücklich? Und jetzt sagen wir viele weitere, ok? Man, jemand und jemand jetzt haben wir mit Masculinen. Wir versuchen hier mit Masculinen. Masculinen 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 Plural All Plural Masculinen Kau 원 So Sie W Erst Ot leness せ Er Inte ВО Ste Jede, Jede, Jede. Jede, Jede. Ich kann mich über diese Frage sagen. Jetzt können wir uns in die Frage stellen. In der Nomenative, Akkuzative und Dative und Genative. Masculine, Femine, Neutrum und Plural. Jede, Masculine, Nomenative. Jede, Masculine, Akkuzative. Jede, Jede, Jede. Jede, Jede, Jede. Jede, Jede, Jede. Jede, Wadios, Jede. Jede, Jede, Jede. Jede, Jede, Jede. Jede, Jede, Jede. jetzt können wir den Feminen fest machen. eine vorne und etwas vergeben chapter 10 trennen 17 14 14 14 15 15 16 18 Die 1 1 einer man mein dann diese dann ich herkese, herkese, herkese und jedes in der Akkuzativ in der Akkuzativ herkese, herkese oder herkese, herkese und dasiv ist jedem das ist, jedem bei herkese, bei herkese und genetiv ist jedes oder herkese unter Bruggede aus dem komparum auf 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 sehr 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 Es ist wichtig und ich habe auch die Dörste, die Menschen in der Zeit haben, die sich selbst zu sagen. Aber diese Dörste ist sehr für Sie, die in Schall, sehr wichtig. 1 ist masculin. 1 ist 1. 1 ist. Feminen ist 1. 1. 1. Ich habe diesen Versuch ein. Wir haben einen ersten Versuch. Wir haben einen ersten Versuch. Das ist eine andere Sprache. Nun kann ich Ihnen genau. Das tut mir. Es ist die ganze Zeit, die ich anwesagin habe, um das Video zu zeigen, dass wir uns heute in der Videobeschreibung haben. Und wenn wir uns in die Zukunft haben, um die E-Mache zu verabschieden, um uns zu verabschieden, um das Video zu verabschieden und um die E-Mache zu verabschieden. Das war die Erste und die Zahmung, die ich für euch, meine Damen und Herren, und wenn ihr euch ein Freund, die mit mir helfen können, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.